so jetzt gehen wir jetzt mal rein jetzt bin ich drin so wie man sieht wie gesagt weiter ein kann man nicht das ist der erste teil wo ich mal ein bisschen was drin will ja hier sieht man die feuchtigkeit drin dein gps signal ist schwach deine aufzeichnung wird fortgesetzt die position auf der karte kann jedoch ungenau sein ja der ist bemutbar ist die ab aber die ganze zeit was haben wir denn hier so alles das gps signal deines telefons ist verloren gegangen deine aufzeichnung wird fortgesetzt die position auf der karte kann jedoch nicht bestimmt werden da kann man hier mal gucken da ist alles zu was sind die mücken schnell raus hier so bis später so 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 so